Und eine Zufall. Zug-Challenge. Ja! Zug-Challenge! Nimm mich nicht. Steck ne Banane in dein Ohr. Was ist das für ein Bananenkorb? Du wirst niemals glücklich so. Probier's mal mit Humor. Flieg und schieg! Nein! 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 Scheiss Zug-Challenge. Hellmann sind vor, dass wir überfahren werden. Du kannst einfach rüber springen und ich springe runter. Flieg. Spring und sieg! Schlecht aufgenommen. Action! 3 2 1 Nein! 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 6 6 5 5 5 6 5 6 5 6 6 7 7 7 5 6 7 7 10 11 12 14 15 15 15 12 15 15 16 17 17 18 18 18 Ja 18 19 Ob das Oppressor ist im Zug, aber ich nicht. Alter. Nein. Nein, mein Oppressor ist noch auf dem Zug. Fuck, ich stecke zwischen Zug und Leitplanke. Bist du ein Arsch. Alter, was? Was ist los? Danke. Ist drauf. Dein Freund kommt. Nein, die geht kaputt. Ja, gut. Die ist an 10 Kilometer weiter weg als hier. Oh, shit. Oh, oh, geh weg. Schleicht aufgenommen. Action. Ich brenne auch. Hilfe. Hilfe. Wieso brenne ich? Du bist der Sterben. Nein. Loll. Haha. Bist von wecker, leute. Hahaha. Sowas. Danke, danke. Opfer. Ich zahle immer mit Juwelen, keine Euros. Niemand kann uns stoppen, denn wir rollen los. Und wir geben keinen Blick mehr auf euch zwei los. Wir fressen mit im Grab, was ist mit euch los? Ich zahle immer mit Juwelen, keine Euros. Ich zahle immer mit Juwen, keine Euros. Und.